Stefan Krehe, Bereichsleiter Banksteuerung, konnte jetzt für die Volks- und Raiffeisenbank eine Urkunde von MyClimate entgegennehmen. Darin bescheinigt die Klimaschutzorganisation dem Kreditunternehmen, durch den Bezug von CO2-neutralisierten Kyocera Originaltonern einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz geleistet zu haben. Genau wurden über die Dauer eines Jahres 3,26 Tonnen CO2-Emissionen eingespart. Darüber hinaus hat die VR-Bank die Anzahl ihrer Drucker seit der Fusion drastisch eingeschränkt und folgt damit der Tendenz zum belegarmen Arbeiten. Waren früher im Gebiet von Güstrow, Bad Doberan und Wismar der Volks- und Raiffeisenbank 173 Drucker im Einsatz, so verfügen die 30 Geschäftsstellen nach der Fusion 2014 noch über 52 Drucker. Ein Kriterium für die Auswahl der Kyocera-Drucker, für die die Firma Fram Bürotechnik die Lieferung und den Service übernommen hat, war der Einsatz von CO2-neutralisierten Tonern. Kyocera investiert den Gegenwert der von der Bank eingesparten CO2-Menge gemeinsam mit der Klimaschutzorganisation MyClimate in das Projekt Effiziente Kocher für Kenia. Da kriegt die kenianische Bevölkerung neue und effiziente Kocher gebaut. Und diese Kocher arbeiten zum einen effizienter, also verbrauchen weniger Holz als der klassische Drei-Steine-Kocher. Zum anderen gibt es einen Mehrwert für die Bevölkerung dort, weil die Rauchentwicklung geringer ist. Es werden Arbeitsplätze beschaffen und von solch einem neuen Kocher profitieren ungefähr vier bis sechs Leute. Laut Auskunft der Klimaschutzorganisation konnten bisher fast 37.000 dieser Kocher in Kenia installiert werden, wovon über 170.000 Menschen profitieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017